Entspannt bei MediaMarkt, bei den Skids-Spielen und was sieht man? Was zum... Äh, es gibt ein Peppa Pig Spiel? Ein Peppa Pig Spiel! Wisst ihr noch die guten alten Zeiten? COD MW3, COD Black Ops 2, der Release von GTA 5. Leute, das waren so geile Zeiten! Und heute geht man zum MediaMarkt und sieht Peppa Pig, das Spiel! Yeah! Peppa Pig, verpiss dich! Früher hat Zocken so viel Bock gemacht. Und jetzt kommt jedes Jahr dasselbe Scheiß. Nur viel, viel schlechter als früher. Warum? Wenn ihr wollt, könnt ihr mir folgen, liken und kommentieren. Und by the way, hab ich einen Discord-Server. Den Link findet ihr auf meinem Profil.